Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Zelda Wind Waker HD! So. Hier gab's nix weiter, ne. Ah, da ist der Fischkorb! Warte mal. Kann man das zerstören? Nee. Aber... Warte mal. Nee. Da hinten ist der Fischkorb. Das möchte ich noch gerne frei haben. Okay. So. Der Fischkorb, der war... ...hier. Wo ist denn da? Der war noch gerade hier. Ja, Sir. Zack. Hey, Jungchen! Ähm... Karte! So, dann haben wir das. Hm. Okay. Jungschen, weißt du was Schleim ist? Ja, ich weiß. Klingt nicht gerade sehr angenehm. Es behandelt sich dabei um eklisch klippere Monster, die einen anspringen, wenn man sich ihnen zu sehr nähert. Der Insider, da tummeln sich zu auf, kannst du ja mal einen Abstecher hinmachen, wenn der dich nach einem kleinen Experiment so ins Unterricht ist. Dann fällt mir ein, dieser Elixierbrauchers Portemonnaie treibt sich da ab und an und immer rum. Ich frag mich, was der da eigentlich sucht. Okay. Ja, ja. Komm. So, dann hätten wir das. Dann können wir hier weitermachen. Und es wird da. Wunderbar. Wunderschön. Super. Okay. Da ist ein Schatz. Und ein Fischkop ist hier auch. Warte, warte, warte. 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 So. So. Warte. Warte. Nächster Herzteil, sag mal. Ja. Wie sammelt die Herzteile? Das ist ja unfassbar. Ey, hier ist noch ein Schatz. Eine Schatzkiste. Okay. Okay. So ist das also. Dort hinten ist nochmal ein U-Boot. Okay. Gut. Okay. Okay. Aber viel ist hier nicht mehr, oder? Aber das sieht mir noch ein Secret aus. Was ist denn hier drin? Ah, nicht noch ein Herzteil, oder? Eine Schatzkarte. Okay. Okay. Warte mal. Wenn ich hier zurückgehe. Okay. Die spawnen wieder. Das hat doch immer was. Das ist irgendwie was Secret-mäßiges. Das könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Entschuldigung. Gott, ich muss jetzt hier hin. Ups. Nicht umsonst werden sie verschwinden, wenn ich zu den... zu nah trete hier. Gut. Es fängt an zu regnen. Ist aber jetzt... Okay. Ach Gott, ach Gott. Warte, warte, warte. Ist hier noch um was? Ja, hier die zwei noch. Da komme ich aber schlecht jetzt ran. Da nehmen. Das ist schwierig zu steuern. Oh Gott. Äh, mit Gamepad ist es echt schwierig zu steuern, echt. Aber passieren tut hier nichts, ne. Hm. Na gut. Die sieht mir sehr auffällig aus, wie es seid. Na gut. So, Fischkorb. Na gut. So. Ich weiß, du hättest die Region hier gerne auf deiner Seekarte eingezeichnet und das noch eine Witzinfahrt zu machen. So, hm, 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 hm. Was ist das für eine See? Schimmerndes Sichel. Okay. In vollem Mondnächten bist du besser mächtig vorsichtig, wenn du diese Gewässer hier befährst. Es sei denn Horrorgeschichten sind deine Lieblingslektüre. Dann wirst du wohl völlig hingerissen sein. Ich probiere mal was. Ich provoziere das mal. Ich will mal gucken, was hier passiert. Was hier nicht noch. Ja, aber passieren tut hier nichts, ne. Okay. Bloß zum U-Boot will ich nochmal hin. Das wollte ich noch. Ich sehe das schon. Schleimis. Okay. Jetzt, jetzt, jetzt los, ja. Yeah. Super, 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 bohne, 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 bohne. Ja. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. So. Hier hätten wir dann alles. Dann will ich mich mal hier auf den Weg machen. Einfach mal gucken, was hier so anders ist. So. Müssen wir mal gucken, da ist der Fischkopf. Gehen wir mal gleich hin. So. Blablabla, 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 bla. Wie heißt die Insel? Okay. Okay. Wenn du auch vorher sehr einen Schwarm Möwen siehst, dann sei besser auf der Hut. Da hinten ist das Portemonnaie. Da hinten ist das Portemonnaie. Wie soll die Insel hier sein? Okay. 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 Warte. Okay. So. Gut, also hier scheint nichts wirklich viel zu sein, ne? Ja. Aber hier können wir mal gucken, ob sich da noch was befindet. Stopp. Runter. So. Ist ja ja auch noch... Ich hab mir ja schon fast gedacht. Okay. Für jeden Gegner hättest du ne Truhe oder was jetzt? Okay. Okay, hier sind nur zwei, ja? So, einer ist schon mal tot. Achso, jetzt sind der andere tot. Gut. So, hier haben wir eine Truhe. Noch ne Schatzkarte. So. Und Spunny. Ups. Ich geh hoch. Gut. Gut. Was haben wir hier? Eine Goldfeder. Okay. Alles klar. Dann können wir runter. runter. Wir müssen... einmal komplett rum. Genau. So. 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 Hier lang. Ich will jetzt hier... mal... die Reihe hier bevollständigen, vervollständigen hier. So. Was ist hier? Was ist hier? Da habe ich einen Fischkorb gesehen. Ah, was ist denn das hier? Ja. Okay. 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 So, ja, aber ich wollte jetzt gerade den Fischkopf jetzt eigentlich, ich habe den auch gerade gesehen, ups, ich glaube, das machen wir noch und ja, gucken wir uns nachher die Insel an, so, so, hey Jungchen, ich weiß Bescheid über dich, bla bla bla, okay, okay, Eilera Bumsla, Jungschen, schon mal was vom goldenen Dreifuß gehört? War wohl irgendein Piratenkapitän oder was, weiß ich. Jedenfalls soll sein Schatz hier in der Insel, auf dieser Insel versteckt sein. Aber die Türme rangen hier so steil auf, da kann man unmöglich raufklettern. Schon eine Idee, wie du da raufkommen willst, Jungschen? Okay, ja dann, schauen wir mal. So, wollen wir mal gucken. Guck mal, guckt man hier überhaupt rauf? Oh, muss ich dazu noch irgendwas machen? Ich schaue mich mal hier um. Scheide ich nicht zu sein. Nö. Sieht so aus, als würden wir hier erst später hinkommen. Na gut, dann, hm, schade. Dennoch waren wir hier im Düsenport ziemlich erfolgreich, würde ich sagen. Warte mal. Nee. Da müssen wir irgendwie hinkommen. Weiß zwar nicht wie, aber irgendwie müssen wir da hinkommen. Okay. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Kann man mal schauen. Nee, ne? Nee. Machen wir dort hinten vielleicht. Gehen wir dort hinten hin. Machen wir das noch. Am besten, wir machen die ersten noch oberen zwei Reihen fertig. Oh Gott, ein Schatz. Wie ist das so? So. Das ist nochmal ein U-Boot. Hier waren wir aber noch nicht, ne? So. So. Ein Flugplatz. So, so. Auf dem Sinne namens der Kunde etwas westlich von hier liegen jede Menge Felsbron und Geröll rum. Vorher hieß es, dass sich der Hund da so man Schatz finden lässt. Das stimmt vielleicht auch heute noch. Also rate ich dir, dich allergründlichst umzusehen. Da findest du sicher auch was. Okay. Ups, ich wollte eigentlich... Wollte ich jetzt erstmal zum U-Mod bewegen und dann das nochmal anschauen und dann machen wir den nächsten Part weiter. So. Oh. Oh. Ist ja alles dunkel. Okay. Warte mal, ich muss erstmal die Viecher hier umlegen. Okay. Oh Gott. Ich hab sie hier gerade eh anuscht. So. So. Gut. Okay. Wunderbar. So. Jut. Okay. Wunderbar. So. Eine Truhe erscheint. Du hast die Wachpostenkarte gefunden, damit kannst du die Position aller Wachposten, die sich auf See befinden. Was ist denn eine Wachposten-Karte? Dingels-Karte, Wahnsinns-Karte. Okay. Ach du Scheiße. Gut, dann verabschiede ich mich für heute. Diesen Part und wir machen uns weiter, als würde ich noch die restlichen Karten machen. Dann können wir uns Richtung C4-Insel nochmal aufbrechen. In dem Sinne verabschiede ich mich für nach was Zuschauen. Haut rein, Leute. Und tschüss.